Herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal Bitcoin-Trading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Ethereum US-Dollar-Chart, sowie den aktuellen Ethereum Bitcoin-Chart und besprechen die neuesten Crypto-News. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Wir befinden uns auf dem aktuellen Ethereum US-Dollar-Tageschart und auch hier, entweder Bitcoin, haben wir hier über die zweimonatige Seitwärtsphase verschiedene Schlüsselzonen beobachtet. Die haben wir hier in dem letzten Video von vor drei Wochen auch nochmal besprochen. Hier war es ja so, dass wir eben wann immer wir unter die 1600-Dollar-Marke hier gefallen sind, short gegangen sind in Richtung 500 Dollar. Und falls diese eben gebrochen wäre, wenn wir nochmal zu dem zweiten Target short gegangen sind, in Richtung 1300 Dollar, muss ich auch sagen, dieser Short-Trad hat hier auch insgesamt über die Seitwärtsphase zweimal geklappt. Ihr seht, wir sind hier zweimal unter die 1600-Dollar-Marke gefallen in den grünen Kasten hier. Das heißt, hier konnte man zweimal short gehen. Alle müssen auch hier sagen, hat Bitcoin es geschafft, diesen grünen Kasten als Support zu halten, hier immer wieder eine Gegenbewegung zu starten. Somit haben wir hier das zweite Short-Target, also hier unten drunter, ungefähr die 13,16 Dollar nicht erreicht. Nichtsdestotrotz konnten wir eben, wie gesagt, zweimal hier diesen kleinen Short mitnehmen. Und ansonsten auch, neben diesen zwei Short-Setups, hatten wir hier dann auch die Marke, die wir beobachtet haben, um nochmal bullisch zu werden, dass wir eben hier der Zeitpunkt, wenn wir es eben schaffen, nachhaltig über dieses letzte Hoch zu steigen, also hier in den grünen Kasten über 1740 Dollar hier ein Retail sehen, dann können wir hier long gehen in Richtung des roten abfallender Trendlinie hier, also in Richtung ungefähr der 1800 Dollar. Und das zweite Target, wenn wir dann auch hier ungefähr nochmal das lokale Top in der 2000-Dollar-Zone, wie ihr jetzt sehen könnt, in dem Moment, wo es hier Bitcoin geschafft hat, auszubrechen, über die 28.000 Dollar, aufgrund der Spekulation rund um den ETF, hat auch hier Ethereum bullisch nachgezogen. Wir haben es geschafft, hier auszubrechen, über diese zwei signifikanten Tops, die wir in der letzten Zeit geformt hatten, hatten wir auch mit dem Candle dort einen Retest auf die vorherigen Zone und so sind wir schon auch hier long eingestiegen. Das heißt, ich bin seit dem jetzigen Zeitpunkt hier ungefähr bei 1750 Dollar long eingestiegen, in dem Moment, wo wir es hier geschafft haben, bullisch aus der Satisfase über diese zwei Tops auszubrechen. Aber man muss auch hier ganz klar sagen, Ethereum hat hier bei diesem Breakout ganz klar unterperformt. Das heißt, Bitcoin hat hier ganz klar in den letzten Tagen Ethereum massiv ausperformt, das werden wir nachher auch nochmal auf dem Ethereum Bitcoin Chart sehen. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt also hier das Trading Setup, wie besprochen, ausgeführt. Ich habe jetzt hier mal den Stop Loss unter den grünen Kasten gezogen. Das erste Target haben wir hier mit dem Kerzen dort schon erreicht und der zweite Target, wie gesagt, ist dann hier oben in dem grünen Kasten bei dem lokalen Top, ungefähr hier der Zone 2000 bis 2200 Dollar. Hier würde ich dann also nochmal Teilprofite für diesen Trade realisieren. Das heißt also, solange es hier Ethereum schafft, sich über diesen zwei vorherigen Letzen hoch zu halten, also hier über 1740 Dollar, so lange bin ich hier bullisch für Ethereum und rechne damit, dass wir die nächsten zwei Targets nochmal erreichen können. Umgekehrt natürlich sollte es hier Ethereum nicht schaffen, über diesen zwei Tops zu bleiben und wir schaffen es hier dann also nicht die 1740 Dollar zu verteidigen, sondern sind hier nochmal ein Ausverkauf. Wenn hier dann im grünen Kasten abgelehnt, dann rechne ich ganz klar damit, dass hier die lokale Aufwärtsbewegung für Ethereum schon wieder beendet ist, wir dann hier höchstwahrscheinlich nochmal zurückfallen in die Konsolidierung. Deswegen auch hier der Stop Loss unter den 1740 Dollar, denn sobald wir hier unter diese Marke nochmal fallen, möchte ich persönlich dann hier aus dem Long nochmal aussteigen und werde dann hier auch dann erstmal nochmal auf die Seitendinie wechseln. Also hier Ethereum zurzeit ganz klar unspektakulär. Wir achten also hier auf die 1740 Dollar, solange wir diese als Support halten, bleibe ich long. Sobald wir runterfallen, gehe ich wieder mit dem Stop Loss nochmal aus dem Long raus in die Seitenlinie und an sich ist das Verhalten eigentlich auch relativ typisch, dass es also hier Bitcoin in der Breite Ethereum und alle Altcoins ausperformt. Das ist hier eigentlich unser normaler Marktzyklus. Meistens ist es eben so, wenn wir aus dem Bärenmarkt nochmal rauswechseln, in den Beginn eines Bullwands, sehen wir zuerst die Inflows in Bitcoin. Sobald er an Bitcoin vorgelaufen ist, sehen wir meistens dann, dass Ethereum nachzieht, meistens dann auch Bitcoin ausperformt und danach folgen dann hier die großen und die kleineren Altcoins. Also dann als letztes nach Ethereum beginnt meistens nochmal hier eine Altcoin-Season und das ist auch der Grund, weshalb ich über den Bärenmarkt von meinem Ethereum nochmal zurückgewechselt bin, in Bitcoin, während des Bullwands hat sich der Ethereum übergewichtet, denn das hat damit zu tun, in einem Bärenmarkt ist man mit Bitcoin immer am besten unterwegs, denn während des Bärenmarkts ist es so, dass Bitcoin am stabilsten bleibt, das heißt also gegenüber dem Ethereum und den Altcoins weniger an Wert verliert während des Bärenmarkts und wenn wir aus dem Bärenmarkt nochmal rauskommen in den Bullwands, ist es eben so, dass Bitcoin auch nochmal Ethereum und die Altcoins zuerst ausperformt, deswegen im Bärenmarkt, wenn man in Krypto bleibt, ist es eben besser dann von den Altcoins und Ethereum, so gesehen als Wertspeicher über den Bärenmarkt in Bitcoin nochmal zu wechseln. Das bringt uns hier auch direkt schon auf den Ethereum-Bitcoin-Chart und hier könnt ihr ganz klar sehen, während jetzt hier die letzten Bitcoin-ETF-Spekulationen dazu geführt haben, dass hier Bitcoin eben die massive Rallye in den letzten Tagen hingelegt hat, konnte wie gesagt Ethereum nicht mithalten und somit sieht er noch hier auf dem Ethereum-Bitcoin-Chart bearish aus unserem Triangle hier ausgebrochen. Ihr seht, Ethereum testet jetzt hier gerade nochmal das lokale Tief hier von unserer Zeitwärtsphase, die jetzt hier schon knapp zwei Jahre läuft, an. Das heißt also, nach wie vor achten wir hier immer noch auf dieselben Indikatoren. Ihr seht es hier seit ungefähr April 2021, sehen wir hier auf dem RSI den Abwärtstrend. Wir haben es jetzt hier auch wieder nicht geschafft, trotz den Ethereum-Futures-Spekulationen, die ja hier eigentlich ziemlich im Sande verlaufen sind, auszubrechen. Das heißt also, nach wie vor achte ich hier immer noch auf dieselben Indikatoren. Ich möchte sehen, dass wir es schaffen, auf dem RSI aus diesem Abwärtstrend auszubrechen und dann auch hier das Konokrad hinzufügen, dass wir es schaffen, hier auf dem stochassischen RSI einen bullischen Kurs zu sehen, dass wir hier nochmal bullisches Momentum haben. Das heißt, dass wir dann hier sehen, dass der RSI aus diesem knapp zwei Jahre langen Abwärtstrend ausbricht und wir gleichzeitig hier einen bullischen stochassischen RSI-Kurs haben, also bullisches Momentum, während das Vermichter die ersten Anzeichen, dass es dann auch hier Ethereum schafft, nochmal aus dieser Drittesphase auszubrechen, wir dann hier höchstwahrscheinlich über dem Bulban nochmal, nachdem Bitcoin vorgelaufen ist, hier eine nächste Aufwärtsbewegung nochmal sehen. Das heißt also, hier hat sich im Endeffekt meine Strategie für Ethereum nach wie vor nicht verändert. Ich achte auf dieselben Indikatoren, die wir über die letzten Monate immer wieder besprochen haben. RSI, stochassischer RSI und dann denke ich, dass hier eben diese Drittesphase enden wird. Das heißt also, Ethereum, hier ist es jetzt wirklich interessant darauf zu achten, ob wir es hier schaffen, diese tief zu halten. Wenn wir diese Tiefs hier halten, werde ich hier auch schon mit einer ersten Drangle von Bitcoin in Ethereum langsam, wirklich stufenweise mit kleinen Positionen, erstmal einsteigen. Das habe ich hier auch schon in einem Video von vor knapp vier Monaten beschrieben. Hier habe ich ja auch gesagt, sollte es auch mal geschehen, dass ihr Ethereum diesen orangenen Kasten antestet, werde ich ja langsam schon mal einsteigen. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt hier vier Monate her. Das heißt also, sollte jetzt Ethereum hier bei dem Tief nochmal Support bekommen und sich hier langsam nach oben bewegen, werde ich dann mit einer ersten Drange einsteigen. Umgekehrt, wenn Ethereum jetzt hier jetzt nicht schafft, dieses Tief zu halten, rechnen wir schon damit, dass es hier noch weiter nach unten geht. Dann würde ich jetzt in den unteren Rand einsteigen. Wenn wir dann hier auch nicht schaffen, den Retest auf dieses Top zu halten, könnte es dann, dass Ethereum noch weiter in diesen orangenen Kasten hier weiter nach unten absteigen. Das heißt also, je weiter wir dann hier nach unten abtauchen, würde ich dann mit kleinen Trangen schon dann einfach Dollar-Cost-Averaging betreiben. Wie gesagt, die wirklich starke nächste Aufwärtsbewegung beginnt erst meiner Meinung nach, wenn wir es hier schaffen, auf dem RSI auszubrechen. Und bis dahin möchte ich einfach dann zu diesen niedrigen Kursen hier stufenweise meine Position aufbauen. An sich muss man auch sagen, wenn wir hier einfach mal kurz diese zwei Trendlinien entfernen, müsst ihr das größere Bild anschauen, könnt ihr auch sehen, seitdem wir hier das Top erreicht haben im November, Dezember 2021, das wäre auch das Top, wo wir ungefähr bei 5000 Dollar hier auf dem Ethereum-US-Dollar-Start das Allzeithoch erreicht haben. Seitdem muss ich eigentlich sagen, hat sich der Ethereum extrem stark noch gegenüber Bitcoin gehalten. Ihr könnt eigentlich sehen, über diese Seitwärtsphase, jetzt hier wirklich von Mai 2021 bis aktuell Oktober 2023, haben wir eigentlich hier sogar noch mal das Allzeithoch angetestet, als wir hier umgestiegen sind auf Ethereum 2.0. Ansonsten kommen wir bisher auch die Tiefs soweit verteidigen. Das heißt, Ethereum befindet sich wirklich über den gesamten Bärenmarkt in einer großen Seitwärtsrange. Wenn wir das einmal vergleichen mit dem Verhalten zu den vorherigen Bullwarn und dann nochmal Bärenmarkt, ist das hier schon eine starke Leistung. Sie können sehen, zuvor war es so, wir hatten hier einmal einen Riesenpump und dann letztendlich nur noch einen Ausverkauf und hier hatten wir dann von Top bis zum Boden einen Ausverkauf von knapp 90%. Also hier wirklich ein Wertverlust von Ethereum gegenüber Bitcoin. Das sieht ja wirklich in dem jetzigen Bullwarn komplett anders aus. Ihr könnt sehen, wir sind jetzt hier von dem Allzeithoch gerade mal aktuell ungefähr 39% entfernt und das hat auch hier hauptsächlich meiner Meinung nach mit der Umstellung auf Ethereum 2.0 zu tun, dass wir hier einfach auch noch EEP 1559 haben. Das heißt, dass wir hier selbst in dem Bärenmarkt Phasen hatten, wo mehr Ethereum verbrannt wurden, als neu auf den Markt gekommen sind. Wir somit hier deflationär waren und der Supply nicht mehr angestiegen ist. Ich denke, diese Umstellung der Coin-Metrix hat hier auf jeden Fall geholfen, dass Ethereum sich gegenüber Bitcoin in dieser breiten Seitwärtschrank halten konnte und wir hier nicht noch mal diesen massiven Abverkauf wie zuvor in dem Bärenmarkt von 90% gesehen haben. Denn dieses Verhalten zeigen nach wie vor noch so gut wie alle anderen Altcoins hier aus dem Top 10 an. Hier können wir wirklich einfach mal durchgehen. Wir können es hier bei uns auch einmal Cardano, Bitcoin anschauen. Hier sehen wir ein ähnliches Bild. Ihr seht es hier dem ersten Bulban massiver Pump, dann massiver Ausverkauf. Dem jetzigen Bulban und Bärenmarkt nochmal genau dasselbe Verhalten. Massiver Pump, massiver Ausverkauf. Das betrifft ja nicht nur Ethereum. Ihr könnt hier so gut wie alle größeren Altcoins schon. Wir können hier auch einmal XRP und Bitcoin nochmal vergleichen. Hier seht ihr genau dasselbe Verhalten. Wir sehen jetzt hier einmal auch eigentlich immer nur wieder ein Pump, dann einen massiven Ausverkauf. Hier auch nochmal Pump, massiver Ausverkauf. Und ihr seht es sogar hier über dem Bulban hat es XRP eigentlich gar nicht mehr wirklich schafft Bitcoin auszuperformen. Was natürlich höchst wahrscheinlich auch an der Klage hier die ja XRP immer noch beschäftigt zu tun hat. Aber es gibt ja auch noch weitere Beispiele. Wir können es hier auch einfach mal Solana Bitcoin anschauen. Da sehen wir auch eigentlich nochmal das typische Verhalten. Wir sehen hier über dem Bulban einen massiven Pump. Hier schafft es Solana stark Bitcoin auszuperformen. Über den Bärenmarkt ging es hier nochmal massiv nach unten. Wir hatten hier nochmal ein Wertverlust vom Tief von 86% und aktuell immer noch 76%. Und das ist eben der Unterschied meiner Meinung nach, den wir aktuell zu Ethereum eben sehen. Hier sehen wir eben genau dieses Verhalten von einem großen Pump und dann einen massiven Ausverkauf nicht mehr. Hier sehen wir eben, dass es Ethereum schafft, im übergeordneten Bild eben seine Stärke zu halten. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass wir die Umstellung auf Ethereum 2.0 gesehen haben und ich gehe auch davon aus, dass sich das ähnlich weitersetzen wird. Meiner Meinung nach wird hier Ethereum über den nächsten Bulban deutlich deflationär werden, wenn wir einfach nochmal mehr Transaktionen sehen und dann werden wir es mir einer Meinung nach hier schaffen, über den Bulban aus dieser Seitwärtsphase auszuprechen und werden dann wahrscheinlich auch nochmal am Ende des Bulbans, wenn wir den Bärenmarkt wechseln, höchstwahrscheinlich an der Seitwärtsphase sehen. Also das ist das Szenario, wovon ich persönlich ausgehe. Weil hier muss ich auch ganz klar sagen, dieses Szenario ist natürlich auch von Risiken begleitet, denn man könnte jetzt natürlich auch hier argumentieren, dass es dieses Jahr anders laufen wird, da ja eben Bitcoin zuerst sein Spot ETF verhalten wird, somit Bitcoin dann ja leichter zugänglich ist für die großen Institutionen, dass wir dann vielleicht sehen, dass Bitcoin hier größere Geldzuflüsse durch den ETF, der in dem nächsten Bulban höchstwahrscheinlich genehmigt sein wird, erhält und somit dann vielleicht Ethereum nicht mehr schafft, Bitcoin so stark auszuperformen, das ist natürlich das Risiko. Diese Entscheidung muss jeder dann für sich selbst treffen, weil ich persönlich gehe davon aus, dass auch in diesem Bulban trotz des ETFs Ethereum nochmal schaffen wird, Bitcoin auszuperformen. Das war es schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video ein Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.